Hallo und willkommen zu einem kleinen Info-Video, Leute. Ich werde hier nicht viel machen, ich werde kein Intro einstellen oder ein Summoner machen, das ist einfach nur ein kleines, kurzes Info-Video gekommen. Manche Leute fragen sich vielleicht, warum heute kein PvP kam, weil ich habe in dem Minecraft Explosion-Video, das ich euch jetzt oben rechts verlinke, gesagt, dass ich jetzt immer Sonntagsduch lade, ich jetzt so machen, damit auch mehrere Folgen kommen, weil Vivalencos, die beiden anderen Videos waren vorproduziert und ich habe das erste Event, das am Sonntag kommt, gestern aufgenommen und das hat sich viel verändert. Vivalencos hat alle Videos schon vorher, ich hatte die vorproduziert und hatte die ersten Videos gemacht, deswegen möchte ich jetzt mehrere Videos bringen. Nächste Woche kommt dann wieder ein PvP-Video, die Woche da drauf, wieder Explosion am Donnerstag. Ich werde es immer abwechslend machen, solange mein Explosion funktioniert. Und ich wollte euch das kurz nochmal erklären, deswegen bin ich gerade in meiner Attractor-Pack-Test-Welt. Und ich werde euch jetzt, oh, ich muss kurz Game-Mode gehen. So, Leute, so sieht es in meiner Attractor-Pack-Test-Welt aus. Ich zeige euch mal das kreativ im Winter. Aber so sieht es in meiner Attractor-Pack-Test-Welt aus, dann sieht es hier so aus. Hier sind immer die ganzen, ähm, die ganzen Texturen. Hier sieht man erstmal alles. Hier das ganze Essen, das zeige ich euch alles noch, wenn es kommt. Hier dann noch die Sachen und die Sachen. Okay, Leute, es sollte einfach nur ein ganz kleines, kurzes Infovideo werden. Und, schaut Microsofts Explosion. Die Folge ist cool geworden. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren. Und das Video wird nicht gelöst sein. Ähm, ihr müsst es nicht liken, mir ist es egal. Aber wenn ihr es trotzdem liken wollt, dann macht's, wenn ihr wollt. Und sonst sage ich nur, ciao, Leute. Wuuuuh.